Operation Firestorm im Eroberungsmodus. Das kann alles werden. Halilu Bitwalker hier auf einem offiziellen DICE-Server. Wieder mal live kommentiert. Die Frage, was haben wir jetzt vor? Letzte Session war der Panzer gefragt. Sollen wir es ein bisschen mit dem Heli probieren? Wahrscheinlich bekomme ich ihn gar nicht. Ist ja nicht so einfach. Oder wir machen einen auf... Das ist die Frage, wenn jemand die Soffler mitnehmen würde. Das wäre ja genial. Wenn da jemand... Huh, wo bin ich da jetzt? Ah, da. Ja, alle stürmen zum Hubschrauber. Ja, so. Zum Havoc. Macht nur. Ich nehme mal die Kassade. Na, oder? Warte mal. Panzerfahren. Ist ja wurscht. Da haben wir Panzerfahren. Hopp. Und los. Oh ja, der richtige Russensound vom T90 auch. Ist einfach geil. Macht sich immer so ein bisschen an wie ein kaputter Auspuff und so. Ah, schade. Oh, deine Heli ist schon da. Hoffentlich machen wir das nicht ein Ende auf Spawn-Killing. Das finde ich nämlich nicht nett. Komm, komm, komm. Schalt auf. Was ist denn? Mach schon. Oh. Pass auf, die Hule ist aus der Luft runter. Ah, okay. Dann halt nicht. Oh. Da vorne sind zwei gerade zusammengerumpelt. Das ist die 90 wahrscheinlich einen geilen Sound. Das ist uns nix. Jetzt müssen wir da ein paar Löcher rausschießen aus den Wänden. Halt. Also nein, ist der Flieger, der da fliegt. Na klar sehe ich den nicht. Oh. Ist das weggestartet? Cool. Oh. Markierung. Ah, zu spät gesehen. Ich bin der einzige Panzer, der da rumfährt. Gibt es das? Komm. Oh, ein Panzer. Ja, hab ich schon gesehen, dass der Panzer herumfährt. Wie viel bei Fahrzeugzerstörung. Sehr fisch. Oh. Wo geht es zu uns? Oh, Burn, Baby, Burn. Warte, hier gibt es ein bisschen Deckung. Ich gebe dir ein bisschen Deckung, weil ich dann was für was weiß. Das ist nix da. Brauche ich mir gar nicht Deckung geben. Da fliegen ein paar Spreißeln herum. Einfach mal hinten rum, Sicherheit selber. So, Flak übernehmen. Ruhe ist da drinnen. Mein Haus. So, jo. Komm und übernommen. Weiter geht's. Was blinkt? Was pfeift? Wo müssen wir hin? Kommt nix. Fahren wir weiter. Es geht heiter weiter. Was? Ein Soldat gespottet irgendwo. Wo denn? Punkt Charlie ist ein Thema. Wo los? Eine Kette schmieren oder was? So, rechts ein Bigger in den Griech. Ja, keiner da. Was ist noch los? Oh, verdammt. Ich hab sie noch gesehen. Ich hab sie noch gesehen. Verdammt. Sehen wir, wer der reparieren könnte. Reparieren, reparieren. Da, komm her. Komm, reparieren. Reparier doch. Ah, scheiße. Ja, zu spät. Schaut. Gut, nutzt nix. Nutzt leider nix. Da muss ich mich jetzt zu Fuß durchschlagen. Charlie ist erledigt. Das heißt, wir müssen jetzt Richtung... Also, ja, Pitchi mit, verdammt. Meine geliebte Stinger, ich glaube, jetzt gefragt. Aber nein, hab ich nicht. Was kocht denn da alles? Was ist denn da los? Also, muss ich mich da zu Fuß durchkämpfen. Nein, nutzt nix. Pass auf, was haben wir denn da? Unsere Viper... Nein, nicht Viper. Wir sind ja die russische Fraktion. Ah, wie ich wieder nix treffe. Pass auf, Bursche. Du läufst da rein. Auf dich kann ich warten, oder so. Die Frage ist nur, woher und wohin? Oder auch nicht. Wo sind wir denn da jetzt hingelaufen? Ah, vielleicht ist er ganz woanders hin. Ah, schaut fast so aus. Gut, dann nicht. Da ist er. Ist aber ein anderer gewesen. Das war nicht der. Ich glaube nicht, dass das vorhin ein Sniper war. Aber egal. Zu Alpha. Nix wie hin. Hab ich noch Minion mit? Ja, hab ich noch. Dann legen wir einfach mal eine Garnitur ab. Mal hoffen, dass da irgendeiner drüber rauscht mit seiner Kiste. Oh. Oh. Boah. Ein Reflex. Oh. Ah, scheiße. PP 2000, wo ist die Sniper gekommen? Ah, im Hintergrund. Zwei Flieger zusammengeknallt. Yeah, baby. Ist der Luftraum Ende so voll und trotzdem glanzet. Pass auf. Äh, ich will wieder einen Panzer haben. Oh, wiederbelebt. Danke, wer bist denn du? Okay. So, jetzt die Frage. Wo ist dieser PP 2000, Fritze? Von wo hat mich der jetzt so... Ah, da hinten. Also, schau. Wie ich ihn nicht treffe. Oh, pass auf. Die hol ich mir jetzt. Ich weiß, wo der Haus wohnt. Nein, 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 nein. Jetzt hab ich mir jetzt gedacht, dass es so kommt. Jetzt hab ich mir jetzt genauso gedacht, dass sich der ganz lässig hinter den Felsen versteckt, sich drauflegt, ganz gemütlich und mich dann wegzieht. Mann. Ja, egal. Ich will den Panzer haben. Lass mich spawnen. Komm. Spawn. Jetzt. Zack, zack. Ein Stück T90 für mich. Und los geht's. Ah, pass auf. Ah, zu hoch. Schesse. Komm rüber da. Wo bist du denn? Komm bitte rüber, bitte rüber, bitte rüber. Schau, dass ich ihn jetzt selber anvisieren kann. Das wäre doch geil, wenn ich schnell umschalten könnte. Okay, mein Beitrag war's nicht. Was soll's? So, Richtung Charlie gehört schon uns. Pass auf, ich fall's da hinten rum und hol bei den Typen. Wahrscheinlich steht er nicht mehr dort, aber probier's einmal. Ob ich den Typen noch holen kann. Äh, liegt da halber der Heli herum. Aufpassen, dass ich eine Terminien übersee irgendwo. Oh, Felsen. Oh, oh, oh. War das da? Nein, das war nicht da, oder? Nein, das war nicht da. Das war oben. Das war bei den anderen Felsen, nämlich da irgendwo. Ach, wird das so recht weggesplittert da. Schaut schon gut aus. Das war auch keiner mehr. Halt, da so eine Container. Muss ich da reinbiegen. Bursche, so schaut's aus. Das ist meine Fahne. Oder nicht? Moment halt, da. Da ist irgendwas faul. Jetzt haben wir ihn gezogen, ja. Hehehehehe. Geht überraschend gut, muss ich sagen. Ist der Werkzeug mit zufällig, Kollege? Das trifft sich ja wunderbar. Oh, rechts von uns, rechts von uns, rechts von uns. Und tschüss, ist er weg. Ja, brav, 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 brav hat er repariert. Hat er mal feinkontakt irgendwo. Ich muss da mal raus, glaube ich. Jetzt haben wir ihn jetzt schon ordentlich erwischt, da. Ich hab's da ordentlich erwischt, aber... Oho. Oho. Jawohl, hat er ihn erwischt. Was ist der Drohne? Wo fliegt die da rum, oder was ist der am Boden? Ah, der fliegt rum. Ah, der hat Umfeldscam mit. Cool. Cool, cool. Da tut man's immer wesentlich leichter. Dass man die Feinde erspäht. So, brav, wo ist er denn immer? Da fahren wir hin. Jo, ich seh sie, ich seh sie. Markier's mir eh selber. Prostum schießt die was ganz böse auf mich. Weiß ich nicht von wo so genau, aber irgendwas schießt auf mich. Die Drohne ist auch lästig da rum, also gut. Dass ich kaum meine Drohne nix anhaben, was soll ich denn? So, Charlie. Wo ist er denn? Wo ist denn der? Wo ist denn der? Wo ist denn der? Jungen in der Halle drinnen. Nix, ich hau da alles ab. Ich hau da alles ab und noch ein bisschen reparieren da hinten und dann... Scheiße, sind 128 zu 13 Tickets. Geiler Scheiß. Da geht was weiter. Oh, warte mal, ein paar Punkte noch abstauben. Komm, 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 komm. Lass mich mitnehmen, ein paar Punkte noch. Jawohl. Ja, das war jetzt eine reine... Eine reine Schnorrer-Geschichte war das da jetzt. Oh, unten, 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 am Boden spielt keine Rolle mehr gewonnen. Das lief doch auch wieder nicht. Jo, dann, ähm, danke fürs Dabeisein. Oh, MVP, jawohl. Wir sind das nächste Mal bei einer Runde Battlefield oder wo auch immer. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch was. Tschüss, ciao. Euer Bitwalker.